Vitamin B12 hält sowohl die Blut- als auch die Nervenzellen gesund. Du nimmst dieses Vitamin unter anderem durch den Verzehr von Eiern, Huhn und Rindfleisch auf. Wenn du nicht die richtige Menge zu dir nimmst, kann das deiner Gesundheit schaden. Wir erklären dir in diesem Video die Anzeichen für einen Vitamin B12 Mangel, die du keinesfalls ignorieren solltest. Nummer 1. Gelbsucht Eines der verräterischen Anzeichen für Vitamin B12 Mangel ist die Verfärbung der Haut. Meistens sieht deine Haut dann gelb und blass aus. Dies wird als Gelbsucht bezeichnet. Wenn du nicht genügend B12 zu dir genommen hast, leidet die Anzahl der roten Blutkörperchen in deinem Körper. Dies trägt dazu bei, dass die Gelbsucht überhand nimmt und sich zu einer Anämie entwickeln kann. Das ist ein Zustand, bei dem deine roten Blutkörperchen nicht in der Lage sind, Sauerstoff zu deinem Gewebe zu transportieren. Das kann nicht nur zu blasser Haut, sondern auch zu Brust- und Kopfschmerzen führen. Infolgedessen sieht deine Haut nicht mehr so frisch und lebendig aus, wie sie es normalerweise ist. Nummer 2. Du fühlst dich müde und schwach. Erinnere dich daran, dass deine roten Blutkörperchen den Sauerstoff nicht richtig transportieren können. Das kann dazu führen, dass du dich furchtbar müde fühlst. Dies ist ein Symptom, das durch eine Art von Anämie hervorgerufen wird, die als Megalobastische Anämie bekannt ist. Diese Art von Anämie tritt auf, wenn dein Knochenmark abnormal große rote Blutkörperchen produziert. Infolgedessen fühlst du dich extrem schwach. Nummer 3. Stimmungsschwankung Wenn du zu wenig Vitamin B12 zu dir genommen hast, kann es zu dramatischen Stimmungsschwankungen kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass Experten einen Zusammenhang zwischen B12-Mangel und psychischen Erkrankungen festgestellt haben. Hast du schon mal von einem Homozystein gehört? Das ist eine wichtige Aminosäure in deinem Blut. Wenn dein Körper einen hohen Homozysteinspiegel und einen niedrigen Vitamin B12-Spiegel aufweist, kann dein Gehirngewebe geschädigt werden, sodass dein Gehirn bestimmte Signale nicht mehr empfangen kann. Klingt ziemlich beängstigend, oder? Eine Studie hat gezeigt, dass die Einnahme von Vitamin B12-Ergänzungspräparaten zu diesem Zustand tatsächlich umkehren kann. Versuche also, dich mit den richtigen Lebensmitteln zu versorgen, um deine Vitaminaufnahme zu erhöhen. Nummer 4. Herzklopfen Ein Vitamin B12-Mangel kann deinem Herzen alle möglichen verrückten Dinge antun. Herzklopfen ist ein unregelmäßiger Herzschlag, der sich durch ein unangenehmes Klopfen oder Flattern bemerkbar macht. In manchen Fällen schlägt dein Herz so schnell, dass du in Panik gerätst. Herzklopfen kann ein weiteres Symptom sein, das durch Anämie ausgelöst wird. Dies kann dazu führen, dass deine Herzmuskeln im Laufe der Zeit geschädigt werden. Es kann auch zu einem vergrößerten Herzen oder sogar zu Herzversagen führen. Wenn du unter diesem Herzklopfen leidest, gibt es verschiedene Abhilfemaßnahmen. Du kannst nicht nur deine B12-Zufuhr erhöhen, sondern auch deinen Konsum von Stimulantien wie Nikotin und Koffein reduzieren. Du solltest auch versuchen, mehr Elektrolyte wie Kalium, Kalium und Natrium zu dir zu nehmen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Herzklopfen zu extrem geworden ist, um es in den Griff zu bekommen, solltest du so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Und Nummer 5. Sehschwäche Haben deine Augen in letzter Zeit Probleme gemacht? Mit anderen Worten, hast du Probleme mit dem Sehen? Ein weiteres beängstigendes Symptom für Vitamin B12-Mangel ist eine Störung der Sehkraft. Vitamin B12 unterstützt nicht nur deine roten Blutkörperchen, sondern auch deine Nervenzellen. Wenn dein Nervensystem nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird, kann das zu Problemen mit dem Sehnerv führen. Der Sehnerv ist die Verbindung zwischen der Netzhaut und dem Gehirn. Wenn das Auge ein Bild aufnimmt, werden diese Informationen über den Sehnerv ins Gehirn übertragen. Im Falle eines Vitamin B12-Mangels ist dieser Weg blockiert, sodass die Übertragung der visuellen Informationen vom Auge zum Gehirn nicht mehr möglich ist. Das führt zu einer schlechten Sicht. Möchtest du jetzt noch wissen, welche vier Lebensmittel dein Blut auf natürliche Weise reinigen, dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.